So meine Lieben, es geht los, legt euch bitte auf den Rücken, beide Fersen oder ganze Fußfläche auf die Faszienrolle. Es geht in 10 Sekunden los mit dem Warm Up, wir gehen rauf mit dem Popo und wieder runter. Easy, cheesy. Easy, cheesy. Auf den Plätzen, fertig, los. Rauf und rauf. Rauf und rauf. Rauf und rauf. Schön hoch, schön tief. Rauf, rauf und rauf. Sehr warm, sehr warm. Super. Auf 10 Sekunden, Brush and Twist mit der Faszienrolle. Achtplätze, fertig, los. Rush and Twist. Rush and Twist. Das sind natürlich zwei Rollen, somit kannst du dann ein bisschen jonglieren. Eine ist unten, eine ist oben. Das ist der Vorteil, wenn man zwei Rollen hat. Genau. Rush and Twist. Rush and Twist. Zack, 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 zack. Noch 10 Sekunden. Und dann kommt wieder der Becken links. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Stüftet wieder ab mit der Fersen. Auf die Plätze, fertig, los. Becken hoch und hin. Becken hoch und hin. Ja, ja, ja. Ja, die Basis, die Früche, die Früche, die Früche. Wenn du das kürzt, wenn du das kürzt, wenn du das kürzt. Genau, bei 10 Sekunden war es so lange. Letztes, wenn du das kürzt. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ich bin auch so was runter. Rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter. Super! Aufsetzen! Rush and Twist! Auf die Erzeugung! Rush and Twist! Super! Dritte und letzte Runde! Los geht's! Rack und runter! Rack und runter! Schön gut, bitte! Hüfte Strecke! Komm in die Strecke bitte! In die Strecke! Full next to Smile! Rush and Twist! Auf die Plätze! Fertig! Sehr brav, sehr brav, sehr brav! Super! Sehr schön! Jetzt mal die kleine Rolle, die wir aufstellen, dass sie steht. Seitenlage meine Lieben! Und du machst jetzt in der Seitenlage über die Rolle, so scheinemischer Bewegung! Kommen Sie mal zur Lisa! Nach hinter die Rolle und vor die Rolle! Hinter die Rolle und vor die Rolle! Jetzt haben wir noch 20 Sekunden, kannst du noch einen Schluck Wasser trinken! Okay! Voll lange Pause jetzt! Ja, ich weiß nicht, wie es passiert ist! Das passiert jetzt! So! Zehn Sekunde! So! Achtung! Los geht's! Vorne und hinter! Vorne und hinter! Vorne und hinter! Vorne und hinter! Zum Schluss! Sehr brav! Sehr brav! Jetzt muss sowieso alle bewegen! Bis auf die Linke geht's! Sehr brav! Sehr brav! Sehr brav! Schöne scheinemischen Bewegung! Genau. Zack, 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 zack. Jetzt ist es dann 5 Sekunden Pause und zunächst so. Juhu. Auf die letzte, fertig los. Ja, das geht 30 Bats geht das weiter. Zack, 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 30 Bats. Wir sind cheesy. Schau mal, gibt das ganze, immer wieder ist da. Gibt das Watsch da. Gibt das Watsch da. Jetzt ist das Watsch da. Gibt das Watsch da. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Schöne, sehr gut. Super, und wechseln. Zwei die Nude. A, für die letzte, fertig los. Ja, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, sehr gut und Cap. Ah, wegzelt, andere Seite. Auf die Kletze, fertig, los. Sehr brav, ja, schau du das, schau du das. Naothek, super brav, ja, schau du das, schau du das, schau du das. Klinko ja, och klinko ja, schau du das, heu. O, los Niets. Und an der Seite auch noch, auf die Plätze, fertig, los. Super, brav. 5 Sekunden. So, wir kommen zur Übrigen, wir kommen zur Übrigen, wir kommen zur Übrigen, wir kommen zur Übrigen. Wir kommen zur Übrigen. Jetzt die Arme und den Körper hoch. Die 2 Begrge, wir rollen zwischen die Ferse, bitte. Jetzt bitte hoch, die Beine schau dir mal und Popo und Vollgas anspannen. Ja, jetzt sind das Popo anspannen. Die 2 Begrge. Wenn ihr habt, noch 50 Sekunden beißen. 1, 4, 5, 5, 5. Gestreckte Arme, gestreckte Beine, schön hoch, brav in den Rücken. Los geht's. rau 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 Rücksicht die Posten anstarten. Nach 10 Sekunden bitte. So, jetzt geht die Rolle zwischen die Ferse. Beine angenehm mit. Und jetzt schön hoch. Nur mit dem Kopf anstarten. Mit dem Kopf anstarten. Husten natürlich nicht aus. Aber kommt hoch und kommt weiter. Schau mal, gib die Knie weg vom Kopf. Knie weg vom Kopf. Beine kleine Eingehnte, Christian. Beine kleine Eingehnte. Und schön hoch in die Posten. Hoch, hoch, hoch. Rauf, 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 rauf. Kopfschmerzen spannen. Nach 8 Sekunden. 5 Sekunden. Super. Und wieder. Rollen nach vorne. Auf die Plätze. 7 Sekunden. Hoch und tief, länger. Hoch und tief. 5 Sekunden. Und viel. Auf die Plätze. Und wieder die Rolle. Beine angewitteln, Po und Team. Super. Bobschi anspannen, Unterrücken anspannen. Po, Po, Po. Wo ist die Rolle? Ich sehe sie nicht. Zwischen den Fersten ist die Rolle. Zwischen den Fersten. Nicht zwischen den Pofaten. Zwischen den Fersten, Rosi. So, und jetzt einmal nach vorne. Auf die Plätze, fertig. Noch einmal nach vorne. Ich glaube, die Rosi hat eine Rolle aus Stahl, glaube ich, oder, Rosi? Ja. Mausi, was sagst du? Ja, aber die Rosi ist Fitness, gell? Genau. Oberkörper hoch, Arme hoch, Beine hoch, Arme lässt. Und letztes Mal. Und letztes Mal. Schön angewinkelte Beine hoch. Angewinkelte Beine hoch. Rauf und hoch. Rauf und hoch. Super. Rauf und hoch. Rauf und hoch. Super. Super. Sehr gut. Hier stehen auch deine Lieder. Ausfall, Schritt. Ausfall, Schritt. Pass auf. Die Rolle ist vorne, das Bein ist oben. Du machst mit einem schönen Ausfallschritt hier. Hier geht's runter. Aufpassen. Ball aus, Ball aus, Ball aus. Hier geht's runter, so tief du kannst. Und wieder hoch. Nicht wegrollen. Nicht wegrollen. Ball aus, Ball aus, Ball aus. Jeder geht tief, so tief du kannst. Der Ausfallschritt muss nicht besonders groß sein, sodass du stabil bist. Ja. Stabil, stabil, stabil. Auf die Plätze. Fertig. Los. Genau. Und jetzt das hintere Knie. So tief du kannst, runter und wieder hoch. Genau. So tief du kannst, runter und wieder hoch. Ja, genau. Genau. Sehr schön, sehr schön. Ball aus, halten. Ball aus, halten. Super. Sehr schön. Bein wechseln. Andere Seite wieder. Andere Seite. Auf die Plätze, fertig. Wie gesagt, der Ausfallschritt muss nicht besonders groß sein. Und das wackelt eh ziemlich, die ganze Geschichte. Deswegen schön langsam. Schön langsam. Ja, genau. Langsam. Vorrat. Beides. Balzen. Mal. 10 Sekunden, super, und wechselt, 2. Runde für das 1. Ball, auf die Plätze, fertig, und los, sehr schön, genau, wichtig ist, dass ihr stabil seid, genau, stabil bleiben, stabil bleiben, stabil bleiben, super, balance, 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 sehr schön, und wieder wechselt, und los, super, brav, super, brav, balance, concentrate, Cathy, konzentriere dich,なので wechselt, doch schön langsam, schön langsam, gleich kommt die letzte Runde, letzte Runde für die erste Seite, für das erste Ball, auf die Grenze, fertig, Und jetzt. Schön tief und hoch. Schön tief und hoch. Ja, genau. Super. Sehr brav, sehr brav, sehr brav. Und die letzte Runde für das andere Band. Und los geht's. Super. Drei, zwei, eins. Super, sehr schön. So, jetzt nutzen wir die Rolle. Aktiv für die Ball aus. Das heißt, wir stehen nicht drauf, sondern wir haben ein Bein in der Luft. Und du gehst immer unten durch, unten durch, unten durch, unten durch, unten durch. Egal in welche Richtung. Dann das andere Bein, aber dann die andere Richtung. Wichtig ist trotzdem den Ball auszuhalten. Ball auszuhalten, Ball auszuhalten. Auf einem Bein stehen. Jetzt noch 10 Sekunden. Ab, die Plätze. Ab, die Plätze. Vorbereit, runter, runter. Los, unten durch und drüber, unten durch und drüber. Die Richtung ist egal. Los, unten durch die Richtung. Los, unten durch und drüber. Und drüber. Los, unten durch und drüber. Schichtungswechsel. Auf die Kitzung. Super. Schön oben. Balance halten. Langsam. Langsam. Oben durch. Oben durch. Langsam. Langsam. Und der Setz. Zwei. Ab dem der Setz. Langsam. Langsam. Lasten Setz. Schichtungswechsel. 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 Rägen. Schön oben. Super. Das Knie schön oben. Bind die Kole noch. Schön hoch. Super. Brav. Und Wechsel. Einwechsel. Richtungsewechsel. Das ist ja schön, das ist ja schön. Fast, wechseln. Vorletzte Runde, aber letzte Runde für das erste Ball. Ja, super, cool. Zehn Sekunden noch. Okay, wechseln. Halt die Plätze, fertig, los. Oben durch, oben drüber. Oben durch, oben drüber. Super, brav. Ah, sehr schön. So, jetzt nutzen wir wieder die Rolle als quasi Wackenbord. Ja, wir machen ein Beinig, ja, also ein Beinig, stimmt nicht, sondern zwei Beinig, aber mit einem Bein, also stehst du auf der Rolle mit den anderen Beinen am Boden. Du machst immer eine schöne Kniebeuge und kommst hoch. Schöne Kniebeuge und kommst hoch. Schöne Kniebeuge und kommst hoch. Jeder geht runter, so wie du kannst. Die Profis kommen ganz runter. Wie ihr es nicht können, geht halt nicht so tief runter. Ja, wir wechseln immer zwischen rechts und links. Schöne Kniebeuge. Jeder geht runter, so wie du kannst. Auf die Plätze. Vorbereitung. Kniebeuge, los. Kniebeuge und dann strecken. Kniebeuge und dann einfach strecken. Ja, genau. Kniebeuge und dann strecken. Nur nach oben strecken. In diesem Punkt noch extra das fein zur Seite strecken. Kniebeuge und dann strecken. Aber könnt ihr natürlich, ja. Jetzt kommt ihr eh noch ein paar Überraschungen. Überraschung. Fünf Sekunden. Das, wechseln. Das andere Bein, bitte. Das andere Bein. Schauen wir mal, ob dein Balance auch so gut ist. Kniebeuge und nach oben strecken. Kniebeuge und nach oben strecken. Das andere Bein, bitte. Balanz, 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 balanz. Balanz, 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 balanz. Ja, 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 ja. Super. Gela. Tres 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 T Bitte vorsichtig und langsam, langsam, mit dem Knieheber, ja genau, wieder scrollen, ja genau, super, brav, und wechseln, change, wechsel, 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 auf die Plätze, fertig, los, komm, Kniebeuge, Knieheber, Kniebeuge, Knieheber, ja, super. Sehr hoch, sehr hoch, sehr hoch, schön durchhalten, 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 so, die letzte Runde mit Kick, schaut mal zu Lisa, mit Kick, Kniebeuge und Kick, wer sich traut, ja, Kniebeuge, Kick, genau, wenn es nicht geht, geht es nicht, jeder macht so laut, wie er kann, es wackelt eh ziemlich, ja, ja, es wackelt ziemlich, super, brav, wahrscheinlich können wir das alle, jawohl, super, Ah, wohl, wechsel, andere Seite, auf die Plätze, fertig, los, sehr schön, sehr schön, 10 Sekunden, super, brav, sehr schön, so, Leute, jetzt legen wir uns links, entlang der Rolle, links, ja, und der größte, der natürlich ist, wir gehen, aber es geht auch nicht zu kleinem, ja, links, diese Lege, ja, die selbst vorgelegten, Rücken drauf, ja, hier abgestützt mit den Armen, Beinen in der Luft, erste Übung, auf und zu, auf und zu, es wackelt natürlich, zweiter Übung, Fahrrad fahren, Fahrrad fahren, ja, und durch das Wackeln stabilisierst du, die Profis, ja, hier ab und zu, auf und zu, auf und zu, auf und zu, auf und zu, ball aushalten, ball aushalten, vollgas, die Bauchmuskeln anspannen, auf und zu, auf und zu, auf und zu, drei, zwei, eins, super, kurze Pause, Fahrrad fahren, bitte, Fahrrad fahren, und los geht's, Krabbel Spannung, Fahrrad fahren, Fahrrad fahren, Fahrrad fahren, Fahrrad fahren, ja, genau, bisschen mehr strecken die Beinchen, bisschen mehr strecken, 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 Bauchanspannen, 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 aber sie möchten jetzt nicht auf der Jocher Flasche, sonst könntest die Hände nicht in die Hände nach oben fallen, ja, ja, super, wieder mal auf und zu, 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 ja, sehr brav, 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 auf und zu, 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 auf und zu Du bist, bitte, жив. Просто убегай. И не вспоминай. Просто убегай. И не вспоминай. И не вспоминай. Und Pause wieder. So, ein, ein, ein. Auf und zu, auf und zu. Wieder geht's. Auf und zu. Auf und zu. Auf und zu, auf und zu. Super. Super. Und letztes Mal, liebe Lieben. Fahrradfahren. Auf die Plätze. Und fertig. Los. Fahrradfahren. Super. Ja, sehr schön, sehr schön. Fünf Sekunden. Super. Leute, wir kommen jetzt zum Finisher. Super. Bitte aufstehen. Und auf der Rolle. Auf der Rolle. Versuchen zu stehen. Genau. Wer Angst hat, irgendwo an der Wand abstützen. Wer keine Angst hat, einfach auf die Rolle. Und versuchen auf der Rolle zu stehen. Genau. Ohne Unzufallen. Ja. Valance. 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 Easy, cheesy. So. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Giletsch. Los geht's. Das ist ein Träumen-Shop. Schau, dass du den Punkt fixierst vor dir, ja, und es ist viel leichter. Super, wer sich tragt Leute, marschieren jetzt auf der Rolle, ja, wir heben, ja. Das rechte Bein, das linke Bein, marschieren, marschieren, marschieren. Marschieren ist gar nicht so einfach, weil ihr das so einen Leben jetzt auch marschiert. Super, sehr schön, so, jetzt wieder konzentrieren, nur stehen, nur stehen. Und von Herzens in der zweiten Runde, das geht viel leichter. Nur stehen, das geht schon viel leichter. Ja, jetzt kann ich auch schon zu euch schauen, natürlich, ja. Ja, juhu. Sehr brav, Vorsicht, Rosi. Immer die Wand in der Nähe haben, Rosi, ja, für alle Fälle, genau. Jetzt gehen wir in der Nähe, super, bravo. Okay, wer sich tragt Leute, die marschieren wieder, ja. Marschieren, marschieren, marschieren. Oh, rechts, links, marschieren. Oh, rechts, links, marschieren. Boah. Die Leute anschauen. Und ich tue gleich jetzt. Super, so, dritte Runde, nur stehen. Dritte Runde, nur stehen. Nur stehen. Nur stehen. Also nur stehen, das ist schon eine Erd-Challenge, ja. Das ist schon easy, cheesy. Und dann kannst du nur machen, dass du nicht schossen hast. Nein, nicht schossen. Super. So, letzte Runde, marschieren. Auf die Plätze, fertig. Los. Rechts, links. Rechts, links. Rechts, rechts, links. Rechts, links. Rechts, links. Flix. Ja. Peace. Super mal! Sehr brav! Ja, super!